Lust auf einen Trip am Wochenende, aber noch gar keine Ahnung, wo es hingehen soll? Hier kommen drei kostenlose Tipps fürs Ruhrgebiet. Im Unionviertel in Dortmund gibt es bunte Streetart zu entdecken. Apps wie Streetart Cities helfen dir bei der Orientierung. Und einen Blick von oben gibt es direkt nebenan, vom Dortmunder U. Auf Zeche Zollverein in Essen wimmelt es quasi so von Fotospots. Viele sind auch gratis zugänglich, wie zum Beispiel die große Rolltreppe direkt am Eingang zum Museum oder das Außengelände rund um die ehemalige Guckerei. Und wenn du dich noch ein bisschen sportlich betätigen willst, geht es am besten ab auf die Halle Bottrop. Da oben steht der Tetraeda. Das ist ein richtig cooler Fotospot und die Aussicht ist quasi inklusive. Schick die Tipps deinen Freunden, denn vielleicht habt ihr bald mal wieder...